hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen folge von akania jetzt muss ich sachen sammeln und in der letzten folge habe ich herausgefunden hat ich sachen sammeln soll ja seit ich das letzte mal aufgenommen habe ist jetzt eine woche her oder so ich habe nämlich zwischendurch meine pc-eck ein bisschen gemacht ich habe hier die wand tapeziert habe ein geometrisches muster an die wand gemalt und ich habe meinen schreibtisch schwarz lackiert und ich habe mir einen teppich gekauft und kunstrasen in schwarz und habe ich das dann drauf gestellt wenn es mögen einige von euch sagen kunstrasen help ist bescheuert oder was willst du mit kunstrasen aber ja das ist ganz gut außerdem habe ich jetzt mein pc auf dem tisch stehen und die kabel jetzt ein bisschen anders liegen ihr wisst gar nicht wie teuer aussah dass du ihn konntest oder ich auch egal sei nicht mal jetzt auch die leute tot der hat mich gar nicht getroffen der eine da junge ich bin gleich schon tot da wäre auch nichts da wäre scheiße nee wieso schießt denn der da so in salven alter ich bin keine bja brut ich bin einfach verlernt oder was bin ich jetzt hier so warm verkacken oder sind hier alle stärker geworden du blöde drecksau du leben kriegt ihr mich nicht ihr hohen söhne ihr hohen söhne da hat sich eine knall in mund gesteckt schrifte da ja eigentlich kein spruch mehr rauskommt wenn ich hier noch weiter an der tür klopfe alter was ist hier los mit leute das ist doch heftig das ist doch viel zu heftig hier das ist doch gothic 4 das kannst du mir doch nicht andau jetzt habe ich aus Versehen getrunken so eine scheiße egal oh nee jetzt ist dahinter ja jemand wer ist das da ist ja niemand dahinter da soll was sein da ist bestimmt was vergraben ich weiß jetzt auch nicht was ich jetzt hier sammeln soll warte mal kurz ich guck mal ins lock auch letztes schläfers entferne jeder hat hier gar nicht mehr aussuchen oder suche sternen erz ein sternen erz habe ich entferne die erste drei verliebe ja ich laufe jetzt hier einfach mal durch die gegend ich habe hier jetzt gerade auf der map konnte ich das sehen war da irgendwas markiert ich habe keine ahnung ich laufe hier einfach rum ich laufe jetzt durch den park hier ich will dieses spiel endlich fertig haben ne 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 Raus. Skelette raus. Nicht hier. Das war ein Erz. Das war nicht markiert. Oh. Da kommt kein Schwein dran. Wie viel war das? Fünf oder was? Da oben waren auch noch Männischen. Da kommt der Platzregen. Ich will da ein bisschen irgendwie aus der Übung mit dem Aufnehmen. Aber die ganze Zeit was anderes im Kopf. Aber ich wollte jetzt eigentlich noch mal machen. Ah. Scheiße. Nee. Oh, der liegt aber schnell. Ich bin ausgewichen, Junge. Da habe ich seine Attacke unterbrochen. Aber sei denn nett. Alter. Oh, als hätte ich jetzt Lust auf so eine Scheiße hier. Nee. Nee. Ist nicht dein Ernst. Oh. Jetzt ist hier. Oh, nee. Alter. Oh. Aber gut, dann eben noch mal. Danach speichern. Er kommt hier um die Ecke. Komm her. Halt dein Maul mit deiner Scheiß-Attacke da. So. Dann machen wir das hier in ganz kleinen Schüben hier. Komm hier um die Ecke. Komm hier um die Ecke, Junge. Komm hier her. Hier her. So. Ups. Äh. Ich wollte was anderes tun. So, Leute. Jetzt zu euch. Hm. Komm. Komm. Der ist auch lange gestorben. Schon wieder. Ja. Da wird's auch schon hier rüberkommen. Ja. Wir haben hier rübergerollt. Komm mal hier durch. Irgendwie als Splett. Nee. Jetzt kann ich wegen den Schweinen nur keine Bandage zum Beispiel nehmen. Ah. Jetzt. Da war noch jemand am Fenster. Oh Gott, ein Monster. Ich hab so eine Angst vor dem Monster. Ich hab mir jetzt mal in die Hose geschissen. Und vor Schreck getötet. Irgendwann, ich hab das Gefühl, dass hier noch mehr zu sammeln ist, aber nicht. Aber nicht. Hallo hier. Komm hierher. Ich weiß, zufälligerweise ist es jetzt auch im Weg. Kollegen, ich hab das Fenster gesehen, du Arschloch. Da ist hier das Leben einfach so aus dem Gebälk geflutscht. Hör doch auf. Hör doch auf hier einfach so irgendwas. Irgendwie gegen die Wand zu schießen. Warte mal, wir gucken gleich mal, wo der gegen geschossen hat. Da kann man nämlich sehen. Ah, da. Da hängen sie in der Wand, die Pfeile. Direkt vor meiner Fresse. So, jetzt wieder schön speichern. Und das dürfen wir das Ganze nämlich nochmal machen. Geh doch einfach mal schneller, Junge. Kann doch wohl wirklich nicht so schwer sein. Stefan, lauf du doch mal mit so einer Rüstung. Ich hab keine. Geht mir so eine, lauf ich schneller damit. Also ganz ehrlich. Da wirst du von drei Leuten im Park überfallen. Du willst hier nur durchgehen und die in den Stein aufheben, weil du Steine sammelst. Ach komm, da einfach so Spacken. Die hier an der Parkbank rumgelungert haben. Wo ist da die Regierung? Ich bin wieder meine eigene Regierung. Wo ist der Platzring von eben? Hm, wo ist er? Hm, hm. Hm, wo ist er? Hm? Kannst du mir das mal sagen? Wo der sein soll, hm? Ich glaub, diese Folge hier können wir auch rüberspringen. Hier ist natürlich was Schönes zu sehen oder so. Ich bin gespannt, das ist so komisches Glättkämpfe. Das sag ich euch jetzt schon. Also großartig hier was zu sehen. Ist nett. Die, äh, die, äh, die Folge ist eigentlich nur fürs Protokoll. Nee! So, und jetzt zu dir, mein Freund. Jetzt zu dir. Nee, was ist mit dir, nee, Junge? Hm, natürlich. Halt jetzt endlich mal deine dumme Scheiß-Glättfresse. Was überbiss. Da oben ist ja noch jemand. What? Die Magier können da ruhig... Oh. Nee! Nö! Jetzt bin ich doch schon wieder tot. Was ist hier los? Das spiegelt mir auf den Sack. Oh, Leute, nee. Muss das denn sein? Muss das Hausküchenfachgeschäft? Schieß doch einfach. Was ich jetzt satt die ganze Zeit hier mache? Muss ich jetzt wirklich nach jedem Scheiß-Einzelnen-Skelett hier wieder speichern so wie früher? Die Schwertkämpfer machen eigentlich gar nicht so viel. Spielstand erfolgreich erstellt. Jetzt halten wir uns wirklich hier die ganze Zeit auf. Aber dein Kollege, der ist da oben stehen geblieben, ne? Der kommt nett und hilft dir. Aber ist ja auch egal. Ihr seid ja nur dumme Skelette. Ihr habt keine Gefühle. Ihr habt ja kein Herz. Schießerei hier. Der ist schneller. Er hat eine Armbrust. Tschüss. Aber ich bin tödlicher. So, da oben liegt noch mehr Schmutz. Aber... Er hat eine Armbrust. Da! Nummer eins weg. So, jetzt zu euch da oben, ne? Jetzt zu euch. Das machen wir mal eben, ne? Das machen wir mal eben, ganz persönlich. Den schleudere ich da hoch, mit dem anderen hier, bitteschön. Dann verprügel euch mit dem jeweils anderen. Ihr Wichser. Jetzt bin ich, weißt du, hier zwei Quadratmeter hab ich in dieser Folge hier abgefrühstückt. Zwei! Hey, schau mal, das Frühstück mehr. Ach, halt dein Maul. Jetzt wollen wir hier nicht Haarspalten. Haarspalten! Ah! Ich will das Spiel einfach nicht mehr spielen. Ich will was anderes spielen. Muss bald Battlefield weitermachen. Berlin, spät. 18 von... Achso. Oh, Junge! Mach dir viel Gymnastik! Hast du eben nichts mitgekriegt, oder was, dass hier die Kollegen auf die andere Seite gerannt sind? Hm. Auch nicht gut. Hyrule-Gras. Ja, komm her, Junge. Du bist ne Null, deswegen bist du Skelett und ich nicht. Ja, aber du bist eben auch zweimal gestorben. Halt dein Maul. Na gut, dann geh ich jetzt, äh... Ne, erstmal geh ich da hin. Warte mal. Da hinter... Hinter dem Zaun da schon wieder, oder was? Bist du da rüber, so? Der lässt mich hier nicht rüber. Der lässt mich hier einfach nicht rüber. Oh Gott, ey. Oh! Oh! Was ist das denn? Achso. Und Zombies. Zu viel Läscher-Steiguhle, die ich mal gesammelt hat, oder was? Hey! Nee! Nee! Jetzt, jetzt fliege ich wieder. Hey! Ihr habt sie doch auch nicht mehr alle. Ihr habt sie doch auch nicht mehr alle. Da war ich nicht. Da hatte ich auch, ehrlich gesagt, kurze Zeit auch nicht vorhin zu gehen. Dann bringt dir nichts, da auf dem Boot zu hauen. Machst du deine Zombie-Kollegen tot. Ich wurde angekotzt. Und nochmal. Dann fällt endlich mal dieser Golem da. Wieso fallen dir die ganze Zeit Zombies runter? Stehen ja mal wieder auf. Ist hier irgendwo ein Beschwörer? Ich häng fest. Modernes Zombie-Fleisch aufsammeln hier. Dampf dir aber nach Scheiße. Also wie Scheiße. Hier dampft das nach Scheiße. Präzision müsste ich eigentlich auch mal rummachen. Also ich mach erst mal das. So, und Präzision geht jetzt. So. Haben wir hier noch Zombies? Ach, da hinten ist es. Na gut, komm. Ich mach jetzt. Ich hätte speichern sollen. Reden die da hinten? Die Splatting-Arene miteinander. Was? Ah! Ne, da müsst ihr mitkommen. Hier ist es doch viel zu eng. Für so eine Scheiße. Ja, wir werden auch mal hier raushandeln. Aber es stinkt immer noch genauso wie vorher. Aber es war mal schwieriger. Finde ich aber jetzt auch nicht so schlecht. Die sind einfach vergangen. Die sind einfach vergangen. Also die ist vergangen. Halt. Bip, 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 bip. Oh. Die Schwatter liegt nochmal zum Aufheben, glaube ich. Ja. Ich brauch diesen ganzen Scheiß einfach nicht. Ich brauch ihn einfach nicht. Aber er liegt halt da. Nee. Die Magier sind die fiesesten Geschöpfe dieses Planeten. Die noch nicht mal was dabei haben. Die schmeißen einfach nur irgendwas aus ihrer Hand. Das ist doch nicht natürlich. So, da oben ist irgendwie noch was. Ich weiß nicht, wie man da hinkommt. Doch hier lang. Der Wisch ist gepflastert mit irgendwelchen Leichen, die aus dem Boden kommen, die mal erstmal wieder bei ihnen verflogen ist. So, du auch noch hier. Der andere flog noch, obwohl er schon vorbei war. Obwohl schon gar nichts mehr war. Der flog einfach noch. Der hatte noch Bock. So, hier regnet doch jetzt noch mehr oder was? Hallo. Wer bist du? Es hat. Der Rauter. Abgehört, du hast dafür gesagt, dass der Mäd nicht knapp wird. Der Mäd nicht knapp wird. Rüßt mich. Wieso ist er auch hier bin ich? Okay. Dann gehe ich wieder. Dann gehe ich wieder. Oh Leute, sich jetzt hier noch durchwurschteln zu müssen. Jetzt mich verarschen. Und wo kam ich denn jetzt? Jetzt geht's einfach hier lang. Nee, kam ich da hoch, oder nicht? Nee, hier kam ich runter. Da oben ist der Tempel. Aber wie komme ich denn da hin? Um das Haus hier einmal rum? Ich glaube, ja. Und es stellte sich heraus, dass dieses Haus ein ganzer Block war. Der eingemauert ist. Der ist wirklich eingemauert, Alter. Ihr Ficker. Ich will da jetzt hin. Ich komme da nicht rüber. Was ist denn da für eine Scheiße? Gut, ich folge jetzt einfach meiner Nase. Hier soll was sein, aber... Da ist nichts. Ich gucke auch mal jetzt hier. Wie das denn aussieht. Ach gut, ist auch schon wieder bald. Ist auch schon wieder... Ist auch schon wieder nix. Ist auch schon wieder nix. Hier kommt mir keiner rein. Tod oder lebendig. Halt deine Fresse. Wer will denn auch denn deine stinkende Bude? Wie geht's doch auch nicht weiter? Ja, da bin ich doch langgekommen, Alter. Ah. Das Ziel, wie? Ja, hey. Hier ist doch auch eine Mauer. Alter. Das sieht doch aus, als könnte das irgendwas... Tut das aber einfach nicht. Hey. Hey. Komm ich hier um den Felsen da vielleicht rum? Ja, laut Map ist das der Weg des Kriegers. Und da jetzt was ist, man vorher nicht gesehen hat. Hier war ich schon. Hier war ich schon. Ich bin einmal im Kreis gelaufen. Da komm ich nicht hin. Nur über die komische, äh... Kanalisation. Ich muss also das machen, was ich am besten kann. Scheiße sein. Ja, ich sag ja, also das ist hier nur so eine Zwischenrunde. Ich hab jetzt... Ich werde jetzt gleich auch nicht mehr auch weiter aufnehmen, weil das macht irgendwie keinen Spaß. Ich hoffe, das merkt man nicht und, äh... Ihr guckt das trotzdem gerne, aber... Wenn nicht, dann könnt ihr auch die Folge überspringen. Also hab ich ja schon gesagt. Überhaupt kein Problem. Die ist halt nicht wirklich... Die ist halt nicht wirklich irgendwie... Zielführend. Weil ich nämlich jetzt die ganze Zeit im Kreis laufen. Das ist der Kreislauf. Circle of Life. Life. Mach die Tür auf. So, dann geh ich eben jetzt woanders lang. Da ist auch wieder ein Zaun. Ah, jetzt links ist bestimmt auch wieder ein Zaun. Ah, Arschloch ist hier auf jeden Fall. Da hinten ist noch ein Arschloch. Und hier sind wieder Zombies. Weißt du was? Du bist mir jetzt mal gerade egal, du scheiß Zombie. Wichtig sind es du hier. Aber dann nimmt das nette ins Kompliment, Arschloch. So, jetzt kommst du dran. Arschloch. Kleine Kotz-Sau. Hier habe ich übrigens den ganzen Platz schon sauber gemacht. Wollte ich nur mal sagen. Ich glaube, ich muss hier runter in die Kanalisation. Ne, auch unwichtig. Weg mit dir. Hier, habe ich alles schon gemacht. Habe ich alles schon gemacht. Deiner komischen Mütze da. Ich glaube, du hast Frieden mit deinem komischen Gott da gemacht. Wir machen keine komischen Geräusche mehr. Keine Action-Geräusche mehr. Da runter muss ich. Das habe ich doch alles schon gemacht. Ich weiß nicht, warum die jetzt neu gespawnt sind, die alle. Ne. Hallo. Ah, schieß mich. Schieß mich an. Schön für dich. Freust du dich jetzt? Das war nix, was man irgendwie brauchen könnte, was ich da gerade eingesammelt habe. Aber jetzt komme ich doch hier in die... In die Sewers. Hier soll irgendwo was sein. Boah. Einstieg zur Scheiße. Das war nämlich irgendwann, als hier unten war, nicht offen. Das war nämlich immer noch nicht. Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Irgendwie so ein Bastard. Schwer Nahkampf. Einhandwaffe. 39. 35, aber plus Magiekraft. Ich nehme aber das. Ich versuche mal. Hallo. Jetzt bin ich hier. Aber, das ist jetzt hier auch wieder Schluss mit lustig. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn ihr Bock habt, und dann geht es hoffentlich besser weiter. Also, das war jetzt wirklich eine Nullrunde. Ich kann verstehen, wenn ihr. Ihr könnt die Folge auch disliken, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Also, bis dahin. Zum nächsten Mal. Ciao.